So, willkommen zurück. Der Eden-Streak ist auf 5, glaube ich mal, ne? Ups. Ist er auf 5? Ich meine 5 war es, ne? Ihr merkt, ich spiele nicht direkt weiter, auf 5 ist er. Wir haben unter 87 Eden-Tokens, das heißt, wir können auf knapp über 200 gehen. Mal ein User oder ein Viewer, der sich mal ein Isaac mit jetzt auf und zu anschaut. Wie ist er denn? The Dark? Ne. The Dark? Nehmen wir es mit D, oder? The Devil, glaube ich. The Devil. Spielt selbst auf, Isaac? Könnt ihr auch mal reingucken? The Devil. Gibt es ziemlich viele. The Devil LP oder so gibt es selbst einfach. The Devil spielt Isaac. Hat jetzt, glaube ich, 14 Folgen. 15, 16 vielleicht. Schauen wir mal. Ihr merkt, ich bin immer ganz auf Stand. Das ist, äh, ich bin kalt. Wir haben ein Damage. Wir haben Scheiß-Dings hier. Und wir haben Luck ab. Und wir kriegen hoffentlich was Gutes. Und das da oben ist. Was ist das? Oh Gott, und wir haben ein Herz. Wir haben alles auf 1. Wir haben alles auf 1. Wir sind tot. Wir sind toter als tot. Da muss jetzt ganz schnell was passieren, sonst gibt das den, der Tilt Run. Tilt nicht, aber zum Beispiel sowas muss passieren. Das ist gut. Okay. War das eine I-Can-See-Forever-Pille? Anscheinend schon. Da kommen wir in den Shop. Da gibt es die Broken Stopwatch. Gott. Oh mein fucking Gott. Es gibt kein blaues Herzchen hier. Oh. Okay, wenn der trifft zum Beispiel, bin ich schon direkt tot. Oh. Okay, komm mal auf ins Feuer, Junge. Genau so. Oh. Ganz vorsichtig spielen. Ich bin kalt. Das ist mein erster Run für heute. Oh mein Gott. Ich darf keinen Fehler machen. Ein Fehler, tot. Bombe, tot. Dicker Boss, tot. Ich kann dir das mal einsetzen. Das bringt mir den Tiers auch nicht. Collected Tiers. Das sammelnst du halt pro Tier. Die trifft, glaube ich. Oder einfach pro Tier, den du schießt. Sammelst du was? So. Die verwandelt in Scheißhäubchen. Das ist schon mal gut. Okay. Das ist offen. Bomben kann ich nehmen. Hier ist auch kein Steinchen. Ich muss mich jetzt irgendwie mit diesem Flasch oder Slush oder so heißt das, ne? Da muss ich mich hier durchkämpfen. Der hat eine ziemlich hohe Aufladung. Ist aber ziemlich geil. Im Dings wäre auch noch eine Batterie. Im Shop. Jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Ja, die hätte ich können eigentlich so machen, aber das wird mir doch trotzdem zu riskant. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Pille hier irgendwie, tauchen die irgendwann wieder auf. Ne, ne? Die bleiben Kackhäufchen, oder? Ne, die bleiben Kackhäufchen, ne? Gut. Da oben ist ein Steinchen. Das ist schon mal gut. Das nehme ich natürlich mit. Auch wenn man sagt, man soll es bis zur zweiten Ebene aufheben. Jetzt gucken wir erstmal. Es ist eins drin. Das ist sehr nett. Und hier haben wir eine Pretty Fly. Okay, jetzt kaufe ich mir nochmal zur Sicherheit im Shop das Teil. Auch wenn die Broken Stopwatch ziemlich cool ist, aber das ist mir wichtiger. Und wenn ich es unbedingt brauche, kaufe ich mir auch noch die Bombe. Also könnten wir schon mal zum Boss. Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, das machen wir so. Ich stelle euch mal vor, hier wäre, das wäre die Heretic Mod. Und die Kackhäufchen. Wir würden noch vier Kackhäufchen hier rumlaufen. in diesem Raum, Raum, Raum. Die mache ich natürlich auch alle weg zur Sicherheit. Könnte auch ein blaues Herzen drin sein. Okay, Bomben haben wir. Dann können wir uns schon mal die andere Pille holen. Ich hoffe ja, dass das nicht so fies ist, dass jetzt noch eine Health, aber eine Health Down Pille. Doch, jetzt geht es, ne? Dann ist das blaue Herz weg. Das könnte aber auch eine Kierse-Up-Pille sein. Was sehr cool wäre. Ich probiere es einfach. Ich muss jetzt ein bisschen Risiko spielen hier in solchen Dingen. Ja, ich gucke noch weiter. Ich habe noch eine Bombe. Nein, nein, nein. Hoppa. Ein Schlüssel. Okay. Das ist wichtig. Das darf nicht wahr sein. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet und dann bin ich doch reingelaufen. Das ist die Nervosität. Keeper, Tears, ist okay. Und hier haben wir. Oh, das ist auch nett. Ach, da unten ist er. Der hat so ein bisschen rumgepackt, ne? Und da oben ist noch ein Raum. Dann gucken wir uns jetzt auch an. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier noch gibt. Wo ich hier mit dem Store credit. Soll ich die wirklich kaufen? Die sind halt manchmal langsamer, manchmal schneller, ne? Komm. Wer hält es broken? Ich weiß. Completely broken. Ich habe auch noch ein blaues Herz. Ich hoffe, da oben ist noch eins. Okay. Das können wir wegmachen hier. Das ist schon mal nix. Das sprengen wir auch. Ich muss nichts drehen. Und hier. Ah, Gegner. Ja, leckt mich. So. Jetzt geht es wieder mit einem Herzen zum Boss. Den kann ich wahrscheinlich nicht mit dem Flashter töten, ne? Da komme ich nicht dran. Bringt mir auch nix. Hier war kein blaues Stein. Ah, jetzt habe ich echt dann noch ein eines blaues Herzen verloren. Das ist sehr nervig. Wenn jetzt natürlich zum Beispiel Rackman kommt, bin ich tot. Oh mein Gott. Okay, es ist der Gute. Also, wir können das einsetzen. Das geht nicht bei dem. Fuck. Der schießt doch irgendwann, ne? Du musst hier einfach nur immer so ungefähr drunter bleiben, ne? Dann passiert mir nix. Bisschen zurück vielleicht noch. Nein, ein bisschen zurück. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, der macht nur diesen komischen Schuss. Boah. Das. Nein. Den Eden-Streak verloren. So schnell kann es gehen. Und dann kriegst du sowas, ne? Und hier ist ab dazu. Ja, vor dem Spiel ist nach dem Spiel, ne? Das war kein Damage der Haber. Das ist wurscht. Machen wir alle schnell wieder einen 5er-Streak. Ne? Ist ja easy peasy. Ja, das war selbst schuld. Ich bin einfach... Ich habe halt Kacke gebaut, ne? Wenn man so sieht. Ich hätte sollen direkt zum Boss mit noch einem Leben mehr. Das hätte dann gereicht. Das hätte dann wirklich gereicht, wahrscheinlich. Guck mal, da gibt es richtig fett Sachen. Ja, den nehmen wir direkt mit. Oh, klar. So, jetzt machen wir hier mal einen Speedrun. Wir haben jetzt nichts zu verlieren. Eben Streak ist auf 0. Ups. Äh, wir haben noch keine Bomben. Boah. Das ist eine XL-Ebene. Okay. Alles klar. Ich bräuchte Bomben, ne? Ich bräuchte Bomben. Hier gibt es noch fettblaue Steinchen. Schatzschmand. Ja, kann man nutzen. Gut. Immer noch keine. Brauchte ich gar nicht reingehen. So, okay. Und weiter. Ja, machen wir mal die Bosse, ne? Schon wieder so ein fieser Eden-Streak. So ein fieser Scheiß. Hätte man gewinnen können. Weil es zum Glück war nur der komische Dings da. Ja, ich muss ja, ne? Und den nächsten. Ups. Kann ich aufladen. Ja, ne? Dann nehmen wir mit. Und weiter geht's. So, geben wir mal Gas hier, ne? So, ich brauche noch Böhmchen. Böhmchen, habe ich gesagt. Wenn wir schon mal in der XXL sind. Dann nehmen wir das auch mit hier mit Böhmchen. Wenn es noch Böhmchen gibt. Ja, aber war nicht schlecht für den Anfang, ne? Für den Fall Streak. War doch gut. Komm ich eh nicht ran. Zack. Okay. Wir kriegen nix. Wann doch aus Box? Oh, da unten gehe ich natürlich noch rein. Weiß drauf. Ja, danke für nichts. Super. Auch keine Bomben. Fies. Hier, Corrosive TS wäre auch geil. In den Raum brauche ich gar nicht reingehen. Da wird jetzt keine vergünstigt. Obwohl, wir können es eigentlich machen, ne? Vielleicht gibt es hier eine vergünstigte Bombe. Und ansonsten holen wir uns hier vielleicht noch eine Münze oder so. Ne, holen wir uns nicht. Gehen wir trotzdem mal rein. Da gibt es natürlich Restock. Na, natürlich gibt es gar nichts vergünstigt. Kann mir gar nichts kaufen. Ja. Toll. Ich weiß gar nicht was bei Pandoras Box. Hier heben wir uns mal noch auf. Das ist ja, je weiter man weiter, je weiter man weiterkommt, desto besser ist die, ne? Okay. Da ist unser fünftes Münzen. Das ist schon mal gut. Und wir gehen hier hoch. Okay. 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 So, da gehen wir jetzt erstmal nicht rein. So. Oh, da lebt der noch da oben. Ah, ich wollte noch weg da machen, das 2. Scheiße. So, was haben wir hier? Was Schönes? Interessantes? Ja. Ups, Curse. Okay. Von wegen interessant. Wir haben halt nur ein Strich-Damage, ne? Das ist halt nervig. Das ist halt echt sehr nervig. Gut. Gibt natürlich nichts mehr. Wir haben alle drei Sackkassen abgelaufen. Das soll es anders sein. Und dann geht es hier weiter runter weiter. Ah, ficken. Wir haben wenigstens Bomben jetzt. Wheel of Fortune. Eine schöne? Ne. Komm, wir stellen jetzt hier auch mal noch rein. Mal gucken, was passiert. Am Stipp. Eine Münze. Für den ganzen Scheiß hier. Toll. Danke. Ja. Schauen wir es auch an. Ja, da brauche ich gar nichts. Klassiker. Hier. So. Purity. Evas. Vision. Hagelas. Petro. Petro nehmen wir mit. Die zünden wir gleich. Die zünden wir auch. Haben wir Glück? Nein. Vision ist gut. Und zack. Gut. Geheim Raum. Ne? Alles gut. Zack. Klar gehen wir da rein. Schnappen wir unsere drei Münzen und gehen wieder raus. Wo ist der andere? Den sehen wir nicht. Okay, aber hier müssen wir runter. was? Was? Wayne. Oh man. Okay. Temporary Badass. Das ist sowas wie die Powerpill, glaube ich, ne? Naja. Ist vielleicht gar nicht so schlecht für die Bosse. Okay, Boss. Boah, das macht ja richtig Schaden hier. Meine Fresse ist ja cool. Okay, werde ich jetzt nicht mitgerechnet. Nehmen wir es auch mit. Okay, Decker. Decker reguliert. Oh nein. Schade. So, was gibt's? Oh, ein Scheiß. Naja, ist mit Little Brimstone gar nicht so schlimm. Schade. Oh Gott. Es gibt nichts. Das ist ja nett. Okay, aber wurscht. Weiter geht's. Ah, ich hab die Change-Pille. Hab ich grad gar nicht genommen. So. Little Brimstone ist so fett am Anfang. Das ist echt so geil. Nein. Ja, war ich zu übermütig, ne? Ui, nice. Steinchen noch. Hm. Wies. Unfair. Okay. 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 Solange ich diese Fehler mache, werde ich nie einen hohen Eden-Streak bekommen. Bei den Besonderen sieht man halt gar nicht, ob das ein Normaler ist oder nicht. Wollen wir testen? Wahrscheinlich nicht. Na, es ist ein Normalnetz zwischen so zwei Räumchen hier. Aber das ist super fies. Den Raum hasse ich. Genau deshalb. Echt jetzt? Oh, meine Fresse. Blaues Herz, bitte. Danke. Jetzt machen wir erstmal noch... Das sind natürlich geile Teile hier, was hier rumliegt. Gucken wir gleich mal. Jetzt machen wir erstmal den Boss. Nein, nicht jetzt. Das ist fett. Das macht ihr richtig. Gut, das brauche ich nicht. Das changen wir mal. In was noch geileres. Definitiv. Evil Rain Shots, bitte. Aber Damage hat man immer noch keinen, ne? So, und jetzt gucken wir mal nach, ob wir nicht irgendwie noch Münzen bekommen. Da ist schon mal eine. Jedes Mal. Darf da nicht wahr sein. Gut, noch eine. Bist du schön. Das ist keine. Das ist keine Münze, Jungs. Ich will jetzt nicht die ganzen schwarzen Herzen verlieren. Ich brauche noch einen Devil Deal zum Schluss. Das ist nett. So muss das. Dann sprengen wir uns. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, sprengen wir uns jetzt noch ein bisschen was raus. So, und jetzt kaufen wir uns natürlich nicht die Better Pills. Sind scheiß drauf. Lieber den Sack Hat. Noch 15 kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht zusammen. Also weiter. Dieser Raum, ich hasse sowas. Ich muss auf so viel achten in so Räumen. Schlecht. Schlecht. Ganz, ganz schlecht war das. Ein Herzen haben wir noch zur freien Verfügung. Aber wir gehen gleich hier rüber. So. Fuck. Fuck. Ich bin so schlecht gerade. Dann nehmen wir direkt mal. Beispiel für sowas. Ist wahrscheinlich Egrid jetzt drin, ne? Oh, das ist nett. Das ist nett. Da hat er keine Bomben mehr, aber fettmüdensten. Ist da hinten überhaupt was? Ja. Passt. Was gibt's hier? Nee. Da brauche ich auch nicht hin. No one, nochmal. Die Range ist trotzdem noch geil, ne? Da ist noch ein Buchraum. Da gehen wir auch mal rein. Gibt's natürlich jetzt nur Kackbücher. Nee, dann ist mir das Badass lieber. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich muss da runter noch jetzt. Boah. Krass. Bomben. Little Brimstone wäre nett. Gibt das eigentlich auch... Das gibt nur Tiersab, ne? Ich hab gekriegt nur Tiersab die ganze Zeit. Ah, der Raum war doch schon da. Warum mach ich das denn? War auch klar? Weg mich. Verzeck hier jetzt hier. Das ist halt nice. Das Batterien hab ich eh ohne Ende. Kann ich das super oft einsetzen hier. Temporary Badass. Achso, in der Zeit kann ich gar nichts sagen. Gar nicht. Schnell hier raus. Nein. Fuck. Ja, das ist natürlich Kacke. Das ist natürlich richtig scheiße. Warum mach ich denn eine Grimstone hier? Das war super schlecht wieder von mir gespielt. Also echt jetzt. Boah. Also im Moment. Chariot. Ich komm wahrscheinlich schon irgendwie durch. Vielleicht den Run, aber. Gut ist das nicht, ne? Entschuldige mich zumindest. Oh Mann. Ich sag nichts mehr. Ich spiele jetzt einfach weiter. Ich bin jetzt ruhig. Ach so. Ach so. Okay. Ach so. Ja, dann mach ich mal. Scheiß drauf. Warum nicht, ne? Hat sich doch gelohnt. Kann natürlich jetzt nicht mehr hier dran. Es ist aber auch größtenteils Müll, ne? Wir haben ein Stück Damage noch, ne? Geil. Wo geht's hin? Ja, das mach ich mal. Hier ein bisschen spielen. Da gibt's ja auch blaue Herzen. Ich bin mir nicht sicher, ob's hier blaue Herzen gibt. Bleib doch mal oben drüber, Junge. Ob es da blaue Herzen gibt oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Weiß es echt nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaub nur rote. Wohl können da nicht auch Karten droppen. Ne, nur Consumables, ne? Deswegen steht ja wahrscheinlich auch C da dran. Biddy Flies können noch droppen. Das wär natürlich auch nett, aber... Komm, scheiß drauf. Das sieht eh nix. Gebe ich nur mein teuer verdientes Geld aus. Ah, der hat so schön angefangen, der Run. Jetzt nervt's mich ziemlich. Oh, die Bösen sind weg. Ich hab keine Bomben. Shit. Holen wir mal, egal was es ist. Super. Und noch einer, natürlich. Warum auch nicht? 2 of Spades. Ich hab Spenden. In Weltfrieden. Auch nicht sehr viel zum Spenden. So, hier ist definitiv wieder was. 99%. Yes. Okay. Ich glaube, dass Bad Ripped zählt nicht als Rotherz schaden, wenn man dann abgezogen bekommt. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Echt jetzt? Okay. Bad Ripped ist ja weg. So, das hier machen wir auch. Oh, mein fucking Gott. Können wir hier mal hier oben rum. Ja. Nein. Das geht echt verdammt fix. Wir können hier sogar noch rein. Ja, aber... Nee. Wir haben keinen bekommen. Keinen, der will den bekommen. Danke, danke, danke. Mann. Erst den Edenstreak verloren und dann so einen komischen Run danach. Ich meine, wir sind schnell. Verbringt ja keinem was, ne? Oh. Oh. Das ist schlecht. Hier müsste er doch. Ich müsste doch jetzt rum. Okay, der ist tot. Ah, Mann. Stirb doch einfach. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ein Herzchen. Ich bin gleich tot. Was ist hier denn los? Oh, da kommt sowas. Nein, nein. Bring. Okay. Ganz ruhig. Wir haben Little Chomp. Wir haben ein Herzchen. Wir haben Full Health Pille. Boah. Zweimal Brimstone. Und meine Schüsse dazu. Und der geht nicht tot. Mit einem Strich Damage. Das ist Wahnsinn. Ein Strich Damage. Das wird so heftig hier. Ab hier jetzt. Guck mal. Was soll ich machen? Und warum hat mich das Zweihärzen gekostet? Macht der dicke Zweihärzen Schaden? Ist ja brutal hässlich. Echt brutal hässlich. Da drüben liegt noch eins. Irgendwo. Eine und halb sogar noch. Und ein Schlüssel. Wahnsinn. Macht dieser ganz dicke, die ganz dicken, von dem bin ich noch nie getroffen worden. Machen wir die zwei. Schon wieder. Echt. Wahnsinn. Ich schaff das nicht. So, was mache ich jetzt? Guck mal, wie der aushält. Der Oberknaller. Echt. Natürlich. Oh, Lil' Chud. Normalerweise ist er ein Scheiß-Altermer. Aber bei so einem Run freut man sich darüber. Ja, das sind sogar die ein Problem. Er legt ihn ja tot. Oh, heftig. Was bringen mir die ganzen Consumers? Nichts. Oh, das ist jetzt nichts. Oh, das ist jetzt nichts. So einen Raum werde ich immer von dem Dicken getroffen. Weg hier. Okay. Und, wieder der Klassiker. Natürlich. Natürlich. Weg. Oh. Warum spawnt die unter mir? Das ist auch so was. Warum spawnt die unterhalb von mir? Boss. Ich muss das mit einem Strich Damage durchziehen, sage ich euch. Und Little Brimstone. Ein Strich Damage, Little Brimstone. Meine Güte. Ich kann entfliegen. Ich kann gar nichts. Ich kann keinen Haufen Consumables. Das war's aber auch, ne? Die sind schnell, wie Sau. Komm, komm. Stirb. Sterben, du sollst. Gut, haben wir geschafft. Was ist das? Wollte sagen, kann ja eigentlich nichts mehr Schlechtes sein, aber es kann auch was Schlechtes sein. Das kann auch was Schlechtes sein. Ja, natürlich. Komm, machen wir weiter. Warum nicht? Da unten. Echt? Guck mal, geht's hier? Geht gar nicht. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verrückte Welt, sage ich ja nur. Verrückte Isaac Welt. Geht. So, hier weiter. Echt total crazy. Nein. Nein. Jedes Mal. Das war schon das dritte Mal jetzt. Ne, ne, ne. Puh. So, gucken wir mal. Ich verspiele jetzt mal in der letzten Münzen, in der Hoffnung auf Säcke. Ich wollte eigentlich sagen Herzchen. In der Hoffnung auf Säcke. Gucken, was wir da schon haben. Ui, ist ja nett hier. Be down. Eine gute Pille. Das geschehen noch Wunder. Pass down. My wizard. Oh mein Gott. Das ist echt fucking crazy. Okay. Das war's. Ha. Ich sollte einfach nicht mehr schießen. Das vierte Mal schon jetzt in diesem Run. Aber man macht's automatisch, ne. Danke. Hier ist der andere. Das weiß man einfach. Das ist so geil. Ja, danke. Die milde Gabe. Aber ich kann nochmal nach Säcke... Oh nein, da ist es rot. Können natürlich ein bisschen mit dem Decker arbeiten, ne. Das will ich nicht. Jetzt können wir nochmal ein paar Säcke rausholen. Vielleicht haben wir irgendwas. Schöne, gute Pillen. Die negativen haben wir schon alle abgefahren. Oh nein. Noch im Säcke. Yes. Da ist er. Ja. Wieder nur böse Pillen. Kann der eigentlich was droppen in dem Automaten, wenn der explodiert? Achso. Toll. Jetzt könnte ich noch alle Wings spielen. Das ist nett. Machen wir auch mal. Vielleicht eine Karte drin, die mir was bringt. Bei Säcke. Können in den Säcken keine Karten drin sein? Ja, das war unnötig. Das war echt unnötig. Aber wir kriegen eine Wings. Ich habe einfach mal gedrückt. Wir können uns ja wieder so ein Teil hier holen, ne. Batterie auf Vorräte. Mitnehmen wir natürlich top. Ah. Mit einem Strich Damage. Zu Mom. Das ist natürlich super. Das ist schon gut. Okay. Ich gebe alles. Okay. Natürlich. Ballstrom. Oh. Herzchen abholen doch. Ich kann jetzt in die Kathedrale gehen. Auf jeden Fall nochmal das Badass-Ding. Ja, Kathedrale sterbe ich so. Ist ja. Keine Frage. Also. Ich muss eigentlich hier nochmal spielen. Ein bisschen. und hoffen. Mücke. Mücke. Genau. Gut. Gut. Komm, little chat. Na, natürlich. Ich werde ja auch noch von Dicken getroffen. Und sterbe wahrscheinlich gleich. Komm. Ja, das hat's ja viel gebracht hier. Okay. Oben spielen kann ich auch nimmer. Oh, das ist nett. Ich kann doch jetzt nicht hier an diesem Automaten da spielen. Da unten. Ich könnte die aber mal wegsprengen. Vielleicht bringt das ja noch was. Das seht ihr mal. Schade, schade. Nicht mal ein Herzchen, ne? Gut, mit zwei Herzchen und einem Extra-Leben in die Kathedrale. Amen, Akai. Uh, super. Gibt aber nicht Full-HP, oder? Glaube ich. Gibt das Full-HP, denn? Oh, ich seh's net mal. Tom, little chat. Muss ich gleich mal nach dem Geheimraum suchen? Nein, nein, nein. Oh. Ich hab zweieinhalb Herzchen im schlechtesten Fall. Drei. Na, ich hatte anderthalb. Zweieinhalb. Einmal getroffen, anderthalb. Und ein halbes wieder. Bekommt zwei. Zweieinhalb. Muss an das Badass denken, wenn's eng wird. Da war dieses Sound. Drei. Dreieinhalb. 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 Das ist voll. Ich bin eben schon sehr oft gestorben. Ich mag ihn überhaupt, ne? Vier. Alles geht. Aber seht ihr mal, was die Bilan für die Bosse brauchen. Wahnsinn. Wisst ihr was? Leck mich. Einer wenigstens. Einen mit einer. Bleibt der stehen? Er ist tot. Ich will jetzt halt noch nicht wirklich viel HP verlieren. Überlegt euch mal, ich muss gleich zu Isaac. Wissen Sie, was das wird? Wird das komplett crazy. Wird echt komplett crazy. Selbst gegen so viel Lutscher-Gegner musst du hier... Na, guck mal da oben. Zwei sogar. Geil. Sehr schön. Ja, das machen wir natürlich. Könnte Cricket's Head drin sein? Oder was ganz Neues? Helf ab. Ja, da riskiere ich jetzt mal. Und lass das Pferdchen fliegen, Junge. Fuck. Noch mal getroffen worden. Da lebt noch so einer. Ist ja toll. Oh, Wahnsinn. Ich muss ihm seinen Kopf wegböllern. Endlich. Jetzt kommen die Fliegeviecher hin. Die anderen sind jetzt nicht so schlimm. Ich... Oh. Leben ja immer noch, die Dinger. Die sterben, ja. Gut, der ist tot. Cool. Das ist das Pferdchen. Gut. Boah, vielleicht noch zwei Herzen, schätze ich mal, ne? Das Spiel wird komplett mit Brimstone. Mit Little Brimstone. Oh, glaub's ja nicht. Crazy. Ein Strich Damage, damit ihr es mal seht. Ich hab ein Strich Damage. Na, ich hab ein bisschen Scheiße gebaut. Da hab ich dann ein, zwei Devil Deals nicht bekommen. Dann kann das Ganze ein bisschen anders laufen. Aber im Endeffekt waren das keine guten Items. Das war ganz schlecht, als ich das gemacht hab. Jetzt muss ich noch eine Batterie fahren. Aber ich hatte Angst vor denen. Gibt's denn mal was hier? Ja, komm. Das holen wir uns. Ach, da oben ist noch ein... Na, hab ich eben erst gesehen. Shit, ja. Naja, wir haben noch genug Bomben. Tischte. Der Abel, der kommt immer dann, wenn man braucht, ne? Echt? Ja, da hab ich ja auch einen Herztrop verdient jetzt hier. Nein. Hör auf mich tot zu flippern. Oh. Oh. Ich sterb wahrscheinlich schon vor, ein Boss. Hat der Nummer zwei Spinnen-Spinnen gespawnt? Glaubst du ja nicht. Bitte was Schönes. Oh, ne Batterie. Das ist gut. So, jetzt gehen wir halt zum Boss. Mit... Nochmal Tiers down drücken, oder was? Meine Fresse. Wir sterben jetzt. Also Isaac, wir sterben jetzt. Vielleicht ist der Isaac ein bisschen gnädig. Nein, ist er nicht. Wohin sind wir noch in der Nähe vom Boss? Nein. Okay. Okay. Wir gehen rein, drücken Space und gucken, was passiert. Oh mein Gott. Das wird böse Enten, sag ich euch. Danke. So nervig, wenn der fliegt. Ich kann nichts machen. Dreck, sag ich euch. Drecksack. Echt. Tja. Wir leben noch. Ich weiß aber nicht, mit wie viel Herz sind. Muss ich mir aber erst noch... Ich glaube, dass ein Ankh komme ich nur mit einem Leben wieder, ne? Jetzt hoffen wir, dass irgendwo noch ein Sack droppt. Und wenn wir mal dieses Temporary Badass bekommen, denn ansonsten... Gute Nacht. Könnte ein HP abgeben. Könnte aber auch unser Tod sein. Muss ich probieren. Es gibt einfach nur so eine kleine... Es gibt ein HP ab. Okay. So, HP ab haben wir. Liegt sonst noch irgendwo nichts mehr rum, ne? Geht da mal einer von anderen Arschlöchern drauf jetzt. Keine Batterie. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel Herz ich habe. Wir müssen Isaac jetzt so töten. Außer wir haben Glück. Kann ich ja jetzt eigentlich nehmen, was ich will, ne? Probier gleich mal hier. Nein. Okay. Wir haben nicht mal mehr Bomben. Wir können auch eine Tiersdown-Pille nehmen. Oder wir können da reingehen und auf unser absolutes Glück hoffen. Aber das mache ich nicht. So, jetzt. Achtung. Wir können ihn daggern. Boah, gibt das ein langer Kampf. Oder ist das ein langer Kampf? Ob er auch lang bleiben wird, ist die Frage. Wie willst du denn noch von denen spawnen? Oh, es geht los. So, jetzt muss ich halt schnell Damage machen auf den. Gehen. Sonst wird der Kampf super asozial. Gut. Jetzt bin ich getroffen worden. Decker. Wahrscheinlich habe ich noch eine AP jetzt. Ich habe noch AP. Nein, ich habe es nicht mehr losgelassen. Sterb. Oh. Ich kann aber nichts nehmen. Okay. Habe ich drei blaue Herzen mit diesem Ankh? Oder drei schwarze? Ne, schwarze nicht. So, jetzt. Bitte gib mir nicht Chaos of the... Ich sehe nichts. Meine Güte. Darf echt nicht wahr sein. Zwei blaue noch. Okay. Oh, ein Zink-Tiers. Alles gut. Nehmen wir alles mit. Auch der Little Brimstone, bounced der auch? Ne, der bounced nicht. Toxic Blood ist scheiße, aber gut. Was soll ich machen? So, wir müssen jetzt hier durch. Geht kein Weg dran vorbei. Er trifft mich jedes Mal. Und ich bin gleich tot. Bitte. Irgendwas Schönes. Oh, ihr Wizard. Nee. Das war natürlich eine Sackgasse. Aber das reicht nicht mal, um beide zu töten. Boah, ich kann ja keine Herzen nehmen, ne? Full Earth. Danke. Nämlich das hier, damit mir da nichts passieren kann. Ich habe ein blaues Herzen. Das könnt ihr vergessen. Aber ich habe es probiert, ne? Oh je, ich habe vergessen, die Tile, das teilzunehmen. Scheiße. Das war's. Schade. Boah, was ein fieser Run. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob wir weiter Eden-Streaks machen. Oder ob ich vielleicht mal auf Isaac-Streaks umsteige, ne? Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Aber auch langweiliger. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.